Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und heute habe ich mal wieder eine Kuriosität für euch mitgebracht. Und zwar habe ich mal wieder zwei Sets sogar dieses Mal von einem Discounter. Wir haben ja jetzt schon Sets von Lidl von Kaufland und auch diese Sets von Aldi existieren schon länger. Aber ich habe sie nie irgendwo gefunden. Und heute war ich ganz zufällig in einem Aldi. Und da habe ich diese Suru Max Sets gefunden. Build more for less, baue mehr für weniger. Es sind 101 Teile. Man sieht hier vorne schon mal die Figur rausgucken. Und ich habe einmal das Drachenangriffsset und die Suru Max Ritterburg. Eigentlich haben die Sets eine UVP für 4,99 Euro für 101 Teile. Aber wie es der Zufall so wollte, habe ich dieses Sets sogar noch ein Stück günstiger bekommen. Weil es bei Aldi momentan so eine 50% Aktion auf Non-Food Artikel gibt. Und deshalb habe ich nur 2,50 Euro dafür bezahlt. Und eben insgesamt dann für beide Sets 5 Euro. Diese Sets sind natürlich kleine Spielsets. Hier wird man keine Weltrevolution erwarten können. Aber trotzdem bin ich natürlich sehr gespannt. Was für eine Qualität haben die Steine? Was für eine Qualität haben auch die Figuren? Die ich auf den ersten Blick wirklich cool finde. Und kann man das Ganze hier als kleines Spielset empfehlen? Oder eben nicht? Die Set-Verpackung stapelt auf jeden Fall schon sehr hoch. Denn der Leitspur von Suru Max ist ja maximaler Wert bzw. dieses Build More For Less. Und da erwarte ich natürlich auch, dass hier Leistung gezeigt wird. Denn natürlich sind 5 Euro für 101 Steine nicht viel. Aber wenn das jetzt kompletter Billigschund wäre, wäre ich natürlich enttäuscht. Auf beiden Verpackungen sieht man hinten nochmal die Figur abgebildet und aus wie vielen Teilen sie besteht. Dieser Ninja hier aus 5 Teilen und der Ritter aus 4 Teilen. Dann haben wir nochmal Werbung für die jeweils zwei anderen Sets. Und zwar das Weltraumjäger-Set und eben die Ritterburg. Genauso wie auf dem anderen dann eben der Weltraumjäger und der Drachenangriff. Und wir haben bei beiden Sets nochmal so eine 1 zu 1 Abbildung der Steine. Genauso wie hier oben eine Teileliste. Ihr könnt euch das Video hier gerne einmal anhalten, um euch das Ganze anzuschauen. Und dann könnt ihr euch das Video auch gerne noch einmal hier anhalten, um euch die Teileliste von der Ritterburg anzuschauen. Ich mache die beiden Sets auf jeden Fall schon mal auf und wir schauen uns zusammen die Teile und die Anleitung an. Hier seht ihr schon mal die Teidetüten und die Anleitungen zu den beiden Sets. Bei beiden Sets haben wir eine Auffaltanleitung. Das reicht natürlich für die Setgröße aus, aber die Abbildungen sind doch schon wirklich sehr, sehr klein. Und eine klammergebundene Anleitung in Broschierenform ist auf jeden Fall immer besser. Also ich bin ja wirklich gespannt, wie es sich danach bauen lässt, weil wie gesagt, die Abbildungen sind doch wirklich mickrig. Die Teilemenge sieht für 5 Euro erstmal okay aus. Über die Qualität reden wir ja wie immer, wenn wir es dann gebaut haben. Die Figuren sind übrigens noch ganz eigenartig in den Verpackungen. Das ist direkt wie so ein Blister, wo man erstmal schauen muss, wie man da von innen rankommt. Gut und ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem ersten fertigen Set wieder. Und fertig ist auch schon die Ritterburg, beziehungsweise, naja, das Burg zu nennen ist jetzt nicht ganz richtig. Es ist eher eine Fassade. Und ja, das ist von der Konstruktion überhaupt nichts. Das Teil kommt einem wirklich so vor, als hätten es Dreijährige konstruiert. Es sieht nach nichts aus. Und das war das erste Set, was ich im Aldi gesehen habe und habe dann auf den ersten Blick auch gedacht, ich lasse es stehen. Weil es halt einfach nach kompletten Billig-Schina-Zeug aussah. Aber nun gut, das ist nicht alles, was dieses Set hier betrifft. Ärgerlich ist auch, wir hatten einen Fehlteil. Es hat hier so ein Fensterladenteil gefehlt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, es nachzubestellen. Mal schauen, ob ich damit Erfolg habe. Interessant ist auch bei der ganzen Konstruktion, wir haben nicht eine Plate. Das wird alles hier auf solchen Wedges gebaut. Also was die Konstruktion angeht, wurde hier auf jeden Fall gespart, wo man kann. Trotzdem ist das nicht komplett schlecht. Denn die Steinequalität ist richtig, richtig gut. Zumindest wenn man vom Baugefühl und der Klemmkraft ausgeht. Wir haben auch nur minimale Farbabweichungen. Das ist alles noch im grünen Bereich. Und das Interessante ist, Suromax hat sich hier richtig Mühe gegeben, weit weg von Lego zu kommen, von den Steinen. Das sehen wir zum Beispiel bei diesen Fahnenstangen. Die sehen komplett anders aus als bei Lego und vor allen Dingen meiner Meinung nach besser. Auch bei diesen Steinen mit Riefelungen sehen wir, die sind auf beiden Seiten in die gleiche Richtung geriefelt. Bei Lego ist es ja einmal nach unten und einmal zur Seite geriefelt. Und hier wurde auf jeden Fall versucht, dem Designschutz von Lego so ein bisschen zu entkommen. Das finde ich auch gut, weil so bekommt man natürlich nochmal mehr Vielfalt in die Steine. Warum das so ist, habe ich natürlich auch mal recherchiert. Und zwar hatte Suromax einen recht großen Rechtsstreit mit Lego, ähnlich wie es hier Thorsten von der Stein gemacht ist, in Deutschland erwischt hatte. Dort ging es um die Figuren. Die Figuren schauen wir uns natürlich dann auch gleich nochmal an. Aber erst möchte ich euch die Sets kurz zeigen. Und um halt wirklich hundertprozentig sicher zu sein, haben sie hier auch die Steine ein bisschen angepasst. Das sehen wir aber beim Drachen noch viel besser. Also als erstes, der Drache ist von der Konstruktion auf jeden Fall um einiges besser als die Burg. Es ist jetzt auch keine Riesenschönheit, aber damit lässt es sich spielen. Also die Burg kann man höchstens als Teiltrenner nehmen. Durch die Steinequalität und die Klemmkraft ist der Drache genau wie die Burg stabil und bespielbar. Hier fällt nicht sofort was ab. Und auch hier sehen wir an den verschiedensten Steinen Änderungen, die es eben bei Lego so nicht gibt. Die 1x1 Roundplates sehen ganz anders aus. Hier haben wir zum Beispiel noch solche Kerben drin. Genauso wie bei den Jumperplates, wo wir nochmal solche Kerben drin haben. Alles ist viel abgerundeter und auch die Baurichtungsumkehrer sind hier komplett abgerundet. Also wie gesagt, von der Konstruktion finde ich den Drache hier brauchbar und knuffig. Also zumindest von der Konstruktion zusammengefasst, Schrott, brauchbar. Aber für 5 Euro ein ordentlicher Teilespender, weil hier sehr viel mit Standardsteinen gelöst wurde. Das Einzige, was mir bei den Suromex-Steinen negativ aufgefallen ist, dass wir hier relativ große Spalten zwischen den Steinen haben. Die sitzen gut, sollen auch so sitzen und es ist auch keine Abweichung, dass man jetzt sagt, das sind Produktionstoleranzen, sondern die haben halt generell so einen relativ großen Spalt dazwischen. Das fällt vor allen Dingen, wenn man es mal vom Nahen betrachtet, doch relativ gut aus. Man sieht ja hier oben schon, man kann da durchgucken. In einem größeren Bild fällt das aber nicht auf. Auch haben wir ein paar Ersatzteile. Einmal hier die Ersatzteile vom Drachen. Interessant ist, wir haben 4 von diesen Parabol-Spiegeln dabei, die übrigens auch angepasst wurden. Das Interessante ist, die wurden im Drachen gar nicht verbaut. Und dann haben wir hier noch die Ersatzteile von der Burg. Das wirkliche Highlight der beiden Sets sind aber meiner Meinung nach die Figuren. Wir haben hier einmal den Ritter. Die Beine sind abspreizbar, nach vorn und hinten beweglich. Wir können das Visier hier aufklappen. Gesicht ist ein bisschen grimmig. Cool wäre natürlich, wenn man noch eine zweite Figur hat und man die dann kämpfen lässt. Dann passt das Gesicht. Den Helm können wir auch abnehmen. Und dann sehen wir, dass der von den Formen sehr anders aussieht als die Lego-Figuren. Auch haben wir am Kopf keine Noppe, sondern eine Aufnahme. Und da stecken wir den Helm drauf. Die Rüstung gefällt mir gut, die ist auch schön detailliert. Unter der Rüstung ist er leider komplett unbedruckt. Hier wäre ein schöner Print nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Aber auch sonst gefällt mir die Figur wirklich gut. Der Kollege hat jetzt noch so ein Schwert dabei. Auch eine andere Form und Länge, als wir es von Lego kennen. Und dann haben wir noch diesen Kollegen hier mit den Katanas. Das Haarteil könnte man auch abnehmen wie den Helm. Ist ebenfalls hier oben eingesteckt. Und wir haben keine Noppe, sondern eben die Noppenaufnahme am Kopf. Auch dieses Bandana, was er trägt, könnte man einzeln abnehmen, wenn man den Kopf abnimmt. Hier müssen wir ihn aber nicht mal unbedingt abnehmen. Denn wir haben hier nicht eine Rüstung, sondern einen Print. Ist meines Wissens auch von den drei kleinen Sets die einzige Figur, die beprintet ist. Der Print hat eine gute Qualität. Gefällt mir auch soweit. Und ich finde es auch cool, dass man hinten nochmal so einen Rucksack hat. Genauso wie die zwei Katanas, die der Kollege hier in der Hand hat. Also hier muss ich sagen, die beiden Figuren gefallen mir sehr, sehr gut. Die Arme und Beine lassen sich richtig gut bewegen. Und sie sind natürlich weit weg von den Lego-Figuren. Also wenn die hier angefechtet werden sollten und man die angeblich verwechseln soll, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich meine gerade die Arme und Beine wirken natürlich unförmig. Einfach weil man es nicht in dieser Form gewöhnt ist. Es ist eben auf sehr muskulös angelehnt. Ich finde diese geometrischen Formen sind hier gut aufgebrochen worden. Also hier bin ich echt gespannt, ob sie Bestand haben. Aber wie gesagt, wenn nicht, verliere ich so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Also zusammengefasst kann man sagen, die beiden Figuren sind das absolute Highlight an den Sets. Die Konstruktion hier ist nicht gut. Wir hatten auch ein Fehlteil. Und wenn ich mir dieses Set kaufen würde, dann nur einmal wegen der Figur und um die Steine auszuschlachten. Es sind eben viele Standardteile. Sie haben eine gute Qualität, wie schon erwähnt. Und die kann man auch gut nochmal für andere Projekte nehmen. Auch weil wir dann wieder viele Teile haben, die im Aussehen nochmal verändert worden sind. Und damit natürlich nochmal neue Gestaltungsmöglichkeiten bringen. Aus diesen neuen Gestaltungsmöglichkeiten wurde hier aber leider nichts gemacht. Und eben nur sowas hier gemacht, was wie gesagt für mich so eine China-Müllkonstruktion ist. Der Trache ist von der Konstruktion um einiges besser. Damit könnte man auch spielen. Ist natürlich trotzdem kein riesen Highlight. Aber wenn man ein Set für sein Kind kaufen möchte, was es nach Anleitung baut und damit Spaß hat, ist das natürlich nochmal eine bessere Wahl als diese Burg. Wie gesagt, konstruktionsmäßig auch keine Sternstunde. Aber in Ordnung. Highlight bleibt aber auch hier die Figur. Für 2,50 Euro sind aber auf jeden Fall beide empfehlenswert. Und auch für 5 Euro. Weil gerade die neu gestalteten Teile bringen auch ein bisschen frischen Wind hier rein. Und ich finde die Figuren sehr interessant. Gerade auch für Leute, die alternative Figuren und eben hier Lösungen sammeln, wie man den Lego-Design-Schutz hier umgehen kann. Beziehungsweise einfach Legos Wunsch nachkommt, dass die Figuren eben nicht zu verwechseln sind. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, mit besseren Konstruktionen und vielleicht noch größeren Sets kann Suho Max auch so ein bisschen die Klemberstein-Welt aufmischen. Aber dafür muss natürlich nochmal mehr kommen. Wenn ihr eines dieses Sets selber besitzt oder vielleicht auch das andere von diesen dreien, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Mit euren Erfahrungen würdet ihr wie immer der Community und natürlich auch mir sehr weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleyprick. Eure Valleyprick Eure Valleyprick